Hey Leute, ich befinde mich gerade vor meiner Villa. Jetzt schaut euch mal an hier, das ist eine schöne Straße. Diese ganzen schönen Pflanzen ringsherum um meiner Villa rum. Klasse! Jetzt gehe ich erstmal kurz hier vor meinen Eingangsbereich. Hier hinten ist meine Villa. Da gehen wir jetzt mal rein. Kommt, folgt mir mal. Jetzt gehen wir mal schön geschmalt hier zu meiner schönen Eingangstüre. Ich zeige euch die nochmal. Schau mal, wie schön die das hier arbeiten. Also richtig Hammer. Richtig schön. Fantastisch. Jetzt gehen wir mal da rein. Mal sehen.